Die Erstellung von eigenen Intros, Overlays und Designs ist für viele ein Traum. Doch meistens bleibt es dabei auch ein Traum, denn viele trauen sich einfach nicht, selber Designs, Overlays, Intros zu erstellen, denn sie sind von der Vielzahl von verschiedenen Programmen erschlagen und trauen sich halt auch einfach nicht in solche Programme einzuarbeiten, beziehungsweise sind auch meistens der Meinung, dass sie es einfach nicht können. Und Leute, das ist gar nicht so schwer, man kann sich in Programme einarbeiten und es braucht einfach nur ein bisschen Geduld und Zeit. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sowas ohne Wissen über bestimmte Programme durchzuführen und das Ganze wirklich als Laie relativ schnell und zügig zu machen. Dafür möchte ich euch zum Beispiel in diesem Video einmal Placeit vorstellen. Placeit ist ein Online-Marktplatz, in dem ihr fertige Templates direkt im Browser bearbeiten könnt und diese dann runterladen könnt. Und schon habt ihr eure eigenen Overlays, eure eigenen Intros, eure eigenen Logos, Avatare. Oh, da gibt es so viel mehr. Wie das Ganze funktioniert und was ihr beachten müsst, das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Okay, aber reden wir doch erstmal darüber, was ist Placeit überhaupt? Ich habe es ja im Intro kurz angerissen. Placeit ist ein neuer Dienst- oder Online-Marktplatz von Envato. Envato dürfte vielleicht ein Teil von euch auch schon kennen, denn Envato ist schon seit langer, langer Zeit ein riesen Online-Marktplatz für alle möglichen Arten von Assets. Seien es nun Templates für Adobe Premiere, Templates für Photoshop, Templates für After Effects, Website-Templates, also alles Mögliche findet ihr dort, könnt ihr kaufen und könnt das dann an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Placeit selber ist nun ein völlig losgelöster Dienst und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Die Website von Placeit, die könnt ihr auch direkt über den Link in der Videobeschreibung finden und dort seht ihr auf der ersten Seite auch gleich erstmal, worum es hier geht. Branding & Design made easy. Im Endeffekt findet ihr jede Menge mögliche Templates, unter anderem 3277 Templates für Musicians, also für Musiker. Es gibt Video Templates, es gibt Gaming Templates, es gibt Freebies, es gibt T-Shirt-Mockups, hier gibt es so, so viel. Oben im Menü seht ihr zum Beispiel Mockups, Designs, Logos, Videos, Gaming. Darunter findet ihr dann die Unterkategorien, zum Beispiel schauen wir uns mal an Twitch-Banners zum Beispiel, wenn man da reingeht, dann findet man dort auch schon jede Menge verschiedene Möglichkeiten. Hier ist das Ganze dann zum Beispiel gebrandet und hier seht ihr schon, ui, was gibt es denn da alles Schickes auszuwählen. Das sind alles verschiedene Templates, die ihr theoretisch im Browser öffnen und im Browser bearbeiten könnt. Also was Placeit eigentlich anbietet ist, dass ihr nicht nur aus einer Vielzahl von fertigen Dingen auswählen könnt. Diese fertigen Dinge könnt ihr dann anpassen. Seien es die Farben, seien es Schriftarten, seien es der Text, den ihr anpassen könnt, seien es das Hochladen von eigenen Logos, sei es das Hochladen von eigener Hintergrundmusik. All das könnt ihr direkt im Browser machen, über eine ganz einfache Maske, ohne dass ihr euch mit einer komplizierten Software auseinandersetzen müsst und könnt es, wenn es fertig gerendert worden ist, was ihr auch nicht selber machen müsst, das macht nämlich Placeit dann für euch im Hintergrund und sobald das Rendern fertig ist, bietet Placeit euch das Ganze zum Download an, könnt ihr es einfach herunterladen. Aus die Maus, fertig. Das Ganze ist so versehen mit Rechten, dass ihr das dann auch selber nutzen dürft und dass ihr das auch in den Streams nutzen dürft und auch die Musik ist lizenziert. Also eine Art One-Stop-Shop für Streamer, Content-Creator, kreative Personen. Ja, jetzt denken sich vielleicht einige, okay, aber wo ist der Haken? Der Haken ist eigentlich nur, dass es was kostet. Anders wäre das nicht möglich. Deshalb würde ich sagen, wir schauen uns hier einfach mal das Pricing an und bei dem Pricing seht ihr dann, wohin es geht. Im Endeffekt läuft das Ganze hier immer auf eine Unlimited Subscription hinaus. Das heißt, ihr bezahlt monatlich oder aufs Jahr gesehen und könnt alles nutzen. Nicht nur einzelne Teile, sondern alles. Hier könnt ihr euch nochmal durchklicken. Designs, Mockups, Videos, das könnt ihr alles nutzen und seid dann monatlich bei 15 Dollar oder aufs Jahr gesehen bekommt ihr das Ganze dann auch günstiger. Werd dann zum Beispiel, wenn ihr jährlich bezahlt, bei 7,47 Dollar pro Monat. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist meines Erachtens nach der Haken da dran. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich gute Software holt, dann ist man meistens da schon teurer dabei und muss dann alles selber machen, weil man hat noch keine Templates. Daher ist das hier, denke ich, ein ziemlich guter Kompromiss. Die Templates, die werden auch regelmäßig aktualisiert. Da kommen neue Templates dazu. Also da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was ich jetzt gerne mit euch machen würde, ist, dass wir uns einfach das Ganze mal, wenn wir eingeloggt sind, anschauen und einfach mal für einen Twitch-Stream zum Beispiel Assets erstellen, sodass ihr diesen Online-Editor auch mal sehen könnt, wie das Ganze dann funktioniert. Nachdem ihr euch eingeloggt habt, habt ihr an sich die gleiche Ansicht, die ihr auch habt, wenn ihr nicht eingeloggt seid. Das heißt, ihr habt oben ganz normal das Menü, in dem ihr über die Hauptkategorien navigieren könnt und dann habt ihr jeweils die Unterkategorien. Hier seht ihr auch zum Beispiel Designs, T-Shirt-Designs, Instagram-Posts, Instagram-Stories, Business-Cards, Flyers. Also hier ist alles dabei. Wenn wir auf Logos gehen, dann gibt es hier zum Beispiel eine Art Avatar-Maker, animierte Logos. Man kann auf Videos gehen, dann gibt es hier Templates schon für Intros, für Slideshows, für YouTube-Videos und bei Gaming ist natürlich auch Twitch vertreten, Twitch-Banner, Twitch-Offline-Banner, Twitch-Panels, Twitch-Overlays, OBS-Stream-Overlays. All das ist da schon mit drin. Wir gehen jetzt mal auf die Kategorie Gaming und dann OBS-Stream-Overlays und schauen uns das Ganze einfach mal an. Generell ist es so, wenn ihr auf so eine Unterseite geht, dann seht ihr erstmal alle möglichen Dinge, die dort angeboten werden. Ihr könnt jederzeit über diese Sachen rüber hofern, um eine kleine Vorschau zu laden und das Ganze schon mal anzusehen. Ihr könnt hier unten ganz normal blättern. Das heißt, hier gibt es auch schon 14 Seiten, gar nicht so verkehrt. Und das macht ihr dann zum Beispiel so lange, bis ihr was gefunden habt, was euch gefällt. Zum Beispiel, wir gehen jetzt einfach mal vom Beispiel aus, wir gehen jetzt mal hier in so ein Overlay-Template für Twitch. Da klicken wir dann drauf und wenn wir das gemacht haben, dann wird schon der Editor geladen. Das heißt, sobald das geladen ist, jetzt sehen wir es hier, sind wir im Editor drin. Und je nachdem, was für ein Template das ist, habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten. Generell, in der Mitte seht ihr immer das, was gerade gebaut worden ist. Also das, was ihr zusammengestellt habt über diesen Editor. Auf der linken Seite habt ihr dann die Möglichkeit, Texte, Farben und Schriftarten anzupassen. Hier zum Beispiel seht ihr, ich könnte jetzt Latest Subscriber anpassen. Da könnte ich jetzt einfach reinschreiben, zum Beispiel Letzter Sub. Und ihr seht eins zu eins, dass das Ganze direkt im Editor hier angepasst wird. Ich könnte dann einfach die Schriftart ändern. Zum Beispiel nehme ich mal Roboto. Mal gucken, ob das hier angezeigt wird. Roboto, Roboto, Roboto. Ha! Ich liebe Roboto. Ich weiß auch nicht warum. Schon wird auch die Schriftart in meinem Overlay angepasst. Dann klicke ich einfach daneben und dann könnte ich zum Beispiel auch die Farbe ändern. Ich könnte jetzt hier eine ganz andere Farbe nehmen, zum Beispiel mal so ein Orange. Und auch das wird direkt geändert. Also das Prinzip ist eigentlich klar. Ihr klickt euch diese Templates so zurecht, wie ihr sie haben wollt. Eine super easy Sache. Super viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und vor allem, ihr könnt euch da verlieren. Es gibt so viele Templates. Oh, Wahnsinn. Also ich habe heute schon ein paar Stunden damit verbracht. Da ist so viel drin. Das ist unglaublich. Aber gut, wir wollen uns das Ganze natürlich auch noch ein bisschen weiter anschauen. Ihr habt dann hier oben zum Beispiel mehrere Schaltflächen. Save Draft zum Beispiel ist die Möglichkeit, dass das Ganze als Entwurf gespeichert wird. Ihr könnt ja was bearbeiten. Und wenn ihr das speichern wollt, um es später weiter zu bearbeiten, dann speichert ihr das Ganze hier über Save Draft. Das Ganze wird in eurem Account gespeichert. Ihr seht es dann hier unten auch nochmal. Wir gehen mal wieder hoch. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr euch einfach erstmal durchklicken wollt und schauen wollt, was kommt für euch in Frage, bevor ihr mit dem Bearbeiten beginnt, das Ganze als Favorit zu kennzeichnen. Das heißt, hier auf Favorite klicken und dann könnt ihr später in eurem Account auch durch die Favoriten gehen. Könnt das wieder defavorisieren, entfavorisieren. Ihr wisst, was ich meine. Also es aus den Favoriten entfernen oder halt wirklich dann nutzen, bearbeiten und in euren Entwürfen speichern. Wenn ihr mit allem fertig seid, dann geht ihr hier auf Download. Das machen wir gleich mal zusammen. Ich würde aber gerne nochmal die weiteren Optionen zeigen. Auf der rechten Seite habt ihr nämlich auch Optionen. Und dort gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, hier die Farbe von den Icons zu bearbeiten. Zum Beispiel möchte ich die auch in so einem Orange haben. Schon werden alle Icons angepasst. Ich möchte vielleicht für meine Facecam die Farbe des Rahmens ändern. Gehe hier zum Beispiel auch auf so einen Orange. Schon wird es auch angepasst. Und ich möchte die komplette Hauptfarbe anpassen. Gehe ich hier auch auf so einen Orange. Und schon wird mein ganzes Overlay geändert. Also die komplette Ansicht, wie das Ganze aussieht, wird geändert. Dann ändere ich vielleicht nochmal meinen Namen. Nicht Ninja Dude, sondern Nilsson1489 und gehe dann auf der rechten Seite weiter. Hier könnt ihr nämlich dann noch das Interface bearbeiten. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel sagen, das soll irgendwie anders aussehen. Ich möchte zum Beispiel hier so ein ganz anderes Interface haben. Wupp! Und schon, dann ändert sich das ganze Overlay. Hups! Das ist super, super, super easy. Dann haben wir hier noch Background. Und Background ist wichtig. Im Endeffekt seht ihr ja jetzt einen Hintergrund. Der Hintergrund ist einfach nur dafür da, dass ihr sehen könnt, wie das Overlay darüber aussieht. Also dieser Hintergrund gehört nicht zum Overlay dazu. Ihr wollt es ja nachher als eigenes Overlay runterladen. Das heißt, ihr könnt auf der rechten Seite auch zum Beispiel sagen, No Image. Dann seht ihr es komplett clean. Ihr könnt einfach ein anderes Bild hinterlegen. Dann seht ihr es wieder anders. Einfach, um das mal mit dem Kontrast des Overlays zu bestimmten Hintergründen sozusagen anzupassen. Und ihr könnt in diesen Editor auch reingehen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, irgendwie meine Facecam, die möchte ich woanders haben oder möchte sie kleiner machen. Ja, wupp! Dann mache ich das Ganze kleiner, bearbeite das so, wie ich es haben will. Nimm vielleicht den Text da raus, schiebe ihn wieder rein und passe das halt dann dementsprechend an. So, wie ich es haben möchte. Und wenn ich fertig bin, kann ich das Ganze runterladen. Das heißt, wirklich die Assets, die ich jetzt brauche. Das heißt, ich würde dann hier auf einen Download-Button gehen. Schwupp! Das Ganze wird für mich erstellt und sobald es fertig ist, ihr seht es jetzt schon, processing your design. Das heißt, es wird jetzt gerade gerendert. Und wenn es fertig gerendert ist, dann könnt ihr sie runterladen. Klick hier to download. Ihr klickt drauf, das Ganze wird runtergeladen und ihr habt die Datei auf eurem PC. Wir öffnen das Ganze einfach mal und schon seht ihr, ich habe jetzt eine PNG-Datei. Und diese PNG-Datei, die könnte ich einfach in OBS einbinden und könnte sie nutzen. Wunderbar, oder? Im Endeffekt ist das nur ein Beispiel, was ihr mit diesem Online-Editor machen könnt und womit ihr selber, wenn ihr keine Ahnung von solcher Software habt oder halt auch einfach die Zeit nicht habt, euch dort einzuarbeiten, könnt ihr hier relativ kurzfristig schnell gute Ergebnisse erzielen. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze noch einmal und wir gehen noch mal weiter, was es denn noch so gibt. Wir gehen mal auf Gaming und bei Gaming gibt es ja zum Beispiel hier auch Logos. Gehen wir mal zu Logos. Mal gucken, was wir da finden. Oh, ich muss mit der Maus aufpassen, dass ich nicht falsch klicke. So. Und schon kommen wir in den Logo-Bereich. Und auch hier könnt ihr anpassen. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf Mr. Rabbit. Den finde ich ziemlich cool. Den öffnen wir uns mal im Editor und da seht ihr dann schon den Editor. So. Und hier habe ich wieder genau das Gleiche. Ich kann hier nun anpassen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich gebe oben ein 1489 und unten gebe ich ein Nilsson. Das Ganze wird automatisch aktualisiert und ihr seht hier auf dem Logo, jetzt steht dort Nilsson 1489. Wie geil ist das denn bitte schön. Auf der rechten Seite kann ich dann das Ganze weiter anpassen. Das heißt, ich kann die Hintergrundfarbe ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, Main Color soll eher so ins Orange reingehen. Bumm. Schon kriege ich ein oranges Häschen. Und dann kann ich zum Beispiel auch noch sagen, alles klar, die Akzente, die sollen dann zum Beispiel in einem Gelb. Oh Gott. Ich und Farblehre, ne? Hört bloß auf. Also, seid mir da nicht böse, aber... Und schon wird auch das angepasst. Na, also ihr seht, es ist super, super easy. Ich kann auch einfach mit einem Klick dann ganze Motive ändern. Das heißt hier zum Beispiel, zack. Und schon habe ich irgendeinen anderen Fortnite-Skin. Oder ich gehe hier auf so einen Panda. Und das Ganze wird automatisch angepasst. Also, einfacher geht es wirklich nicht. Und auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, einfach auf Save Draft zu klicken, auf Download. Und könnt das Ganze hochqualitativ auf eurem PC herunterladen und nutzen. Und da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Also, wie gesagt, ihr findet so viele verschiedene Unterkategorien zu allen möglichen Assets, die ihr vielleicht im Laufe eures Content Creator Lebens braucht. Wer also günstig, schnell und einfach, ohne Vorwissen solche Sachen erstellen möchte, der ist hiermit sicherlich nicht falsch beraten. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!